Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mordas Schatten. Ja das letzte mal haben wir den Leibwächter von dem vierten Häuptling besiegt und ja deswegen würde ich sagen gehen wir jetzt auch direkt dahin. Ich hoffe es läuft nicht so wie beim letzten Häuptling und schauen mal was so geht. Das ist ein Feiner. Arzkrom der Sadist, auch ein neuer. Gucken, hat den Pfeil ausser als Lou. Und er brennt. Und er flüchtet? Nein. Wenn du jetzt schon hier rumpöbelst, dann brauchst du jetzt auch nicht wegrennen. So, wenn du jetzt schon mal hier nervst. Aua. Ach du bist wieder Puck, äh Duxa, Duxa, Entschuldigung. Im Gegenzug renn ich weg. Aua. Thomas, du Schaden. Absolute Hammer. Lauf. Ich vergifte, ich bin vergiftet, ich bin vergiftet, Das können wir auch noch mitnehmen. Ach das ist vom letzten Mal. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich muss hier weg. Darf ich einmal? Entschuldigung. So. Gegen Duxa habe ich echt keine Chance. Unglaublich aber wahr. Wie viel Kampfes Wille hast du noch? Genug, dass ich noch etwas Spaß haben kann? Nein, gerade nicht. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe gerade eigentlich keine Lust auf dich. Ach, der ist auch noch ein Berserker. Richtig blöd. Ne, da habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Ich möchte jetzt hier erstmal weg. Bevor ich hier irgendwas mache. Ja, sammle Kräuter. Wo haben wir denn Kräuter? Gucken wir mal. Vielleicht finden wir ein paar Kräuter. Da können wir eine Suppe für uns kochen. Hier zum Beispiel haben wir ein wenig Gesundheit. Das ist doch gut. Und da ist unser Held. Mal gucken. Ach, ich habe immer noch keine Elben geschossen. Stimmt ja. Die kriege ich ja nicht durch Kräuter. Ja, zu schön. Na denn, dann lasse ich euch wenigstens frei. Ihr freut euch doch. Danke. Bitte gerne. Oben machen wir auch nichts. Hm. Ja, äh, wir wollten eigentlich da hinten die Mission machen. Dann machen wir die doch auch. Wo sind wir denn gerade? Da. Okay. Schöne raus springen. Ich habe etwas gesehen. Das ist eine Lüge. Hihi. Jetzt komme ich von hinten. Ha! Und jetzt könnte trotzdem alle wegrennen. Tut es wahrscheinlich auch weiter. Ja, komm. Haut ab. Zieht leider. Bevor ich es mir anders überlege. Ist da was? So, so, so. Freiheit. Aber ein Aussichtspunkt. Aber ich glaube, der kriegt uns nicht. Nö. Hier haben wir auch nur eine Durchmission. Na denn. Fordere Krakon Goldzern heraus. Besiege die Leibwächer des Häuptlings, bevor du dich ihm stellst. Das hatten wir gemacht. Ja. Er hat keiner mehr. Und ab dafür. Feuer zieht Motten an. Verbrenne seine Soldaten und der Häuptling wird sich zeigen. Soldaten verbrennen. Mh. Du kannst große Feuergruben schießen, um Pfeile anzuzünden. Und dort kannst du... Okay. Haben wir dann wieder Pfeile? Ja. Okay. Wir sind tatsächlich solche jämmerliche Kreaturen, wie die Orks immer behaupten. Bei Ante in der Niederrückung darfst du nie vergessen. Wie soll ich die denn an? Hm. Wir sind überall Fässer. Aber ich wollte ihn gar nicht anlocken. Ich wollte dich gar nicht anlocken. Ich wollte dich gar nicht anlocken. Das glaube ich auch. Guck schon. Guck schon. Geh da hoch. Ich muss ja scheinbar bestimmte anzünden. Wie soll ich die denn anzünden? Die sind gerade weder Fässer noch ähnliches. Die nerven ihn mich. Hm. Ich glaube nicht, dass da jemand war. Nein. Hier schleicht keiner. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Hm. Vorhin sind jetzt auch die ganzen... Kollegen. Sieh dir dein Werk ganz genau an. Er zum Beispiel. Lange hast du dazu nicht mehr Zeit? Wieso weiß ich denn über dich? Saurons Armee. Ich habe dich doch schon einmal getroffen. Duxta die Ratte. Gerät in Panik beim Anblick von Ghoulen. Kann durch Explosionen verwundet werden. Er leidet Schaden durch Kampftodesschüsse. Und äh, ja. Aber ich kann doch nicht nur Kampftodesschüsse gegen dich machen. So. Nochmal zwei angezündet. Ich muss aber drei. Äh, fünf. Ähm. Oh, was für Fässer? Die? Nein. Hm. Gucken wir mal, was wir noch für Fässer finden. Warte. Ich rieche etwas. Irgendwas muss ja noch explodieren können. Schleich da jemand umher? Nein. Ich schleiche nicht. Ich kletter. Alter. Aua. Warum sind wir schon wieder so viele? Geht ja gar nicht. Das ist schrecklich. Hier können wir keinen Schaden machen da hinten. Nee. Wahrscheinlich zum x-ten Mal jetzt getestet. Auf die Beile zu werfen, Alter. Langsam reicht's. Aua. Ähm. Wie kann ich euch in die Luft hier reinmachen? Machen wir dann Fässer. Da hinten die Großen. Die Vierfach. Alles klar. Dann wissen wir auch Bescheid. Ich stehe nicht zufällig welche, oder? Nein. Dachte, diesmal haben wir hier. Hm. Komm. Komm. Putt, putt, putt. Komm hier hin. Komm. Komm. Dann geh ich dich nicht in die Luft. Vier. Jetzt fällt mir immer noch einer. Kann doch nicht wahr sein. Hier ist der Waldläufer. Hier ist der Waldläufer. So sieht's aus. Wo hab ich Geld? Äh. Pfeile? Hier auf jeden Fall nicht. Komm. Schau. Nein. Wo hab ich Pfeile? Da hinten. Komm. Schon hoch? Oh. 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 So. Jetzt haben wir wieder Pfeile. Jetzt können wir auch noch mal was in die Luft jagen. Und dann kommt auch der Boss. Like a Boss. Wann nehm ich noch Fässer? Wann auch wohin noch Fässer? Die Menschen hatten ihre Zeit. Jetzt sind wir auf der Zeit. Tja. Der Waldläufer. Jetzt hab ich dir wenigstens nochmal ein bisschen schrecklich gemacht. Schalm gedrückt. Das reicht nicht. Hier drunter. Kommt schon. Ja kommt. Entdeckt mich. Alle. Ich weiß nicht wie er alles noch so angezündet werden könnte. Ja kommt. Aua. Komm hoch. Kommt hier Leyen. Vor allem du. Duxer. Du nährst dich nicht richtig. Hier. Komm. Ich würde mich ungern treffen lassen. Aber. So. Noch einmal. Wo sind die denn alle? Es ist ja faszinierend. Wie die sich verstecken können. Ihr habt mich gesehen. Ich hab auch so vieles gesehen. Ich bin da rüber. Was war das jetzt für ein Frame dort? Irgendwo muss ich doch noch was in die Luft jagen können. Hä. 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 Games. Feuerstelle, Feuerstelle. Hallo. nota. Da kann ich auch noch was in die Luft jagen. Komm schon. Da. Komm schon. Jetzt. Endlich. So, was? Bist du jetzt nochmal für einer? Hat mich aber, glaube ich, schon herausgefunden. Kann Schleichtorisch zu sofort getötet werden? Anfällig gegenüber berittenen Bestien. Okay. Dann versuchen wir uns mal anzuschleichen. Das wäre doch, glaube ich, am sinnvollsten. Wenn wir von oben ranspringen. Genau so. Dann nehmen wir das direkt mit. Bah, bah. Plus 70 macht's. Stellt bei jeder abgeschlossenen Aufzehrung oder Brandmarkung. 26 gesünder wieder her. Das klingt auch gut. Ich will sehen, wie eine Bleich haut eine andere fest. Damit ich sie kochen kann. So schmecken sie bestimmt doppelt so gut. Kann mit Todesstößen verletzt werden. So. Dann. Wollen wir doch gucken. Müsst du jetzt noch nicht wieder abgehauen. Gerade warst du ja noch hier. Du bist das doch. Du warst das doch. Nein, Saft. Na, was ist denn so ein Ding? Duxer ist entkommen. Na, traurig. Den wollte ich eigentlich auch noch haben. Weil ich schon so oft gegen ihn verloren habe. Und irgendwann reicht's. Naja, egal. Fünf Minuten haben wir jetzt noch. Vier Minuten. Aber ich gehe eh nicht so genau danach. Ich wäre dafür, wenn wir jetzt noch da die Durchmission machen. Also noch ein bisschen rumschleichen. Dann ist gut. Dann haben wir die nämlich auch schon weg. Die Frage ist, wo ist die? Ist die hier oben? Unten. Oder ist das gar keine Mission? Und schon. Ganz unauffällig. Das war auch noch was. Äh, stellt bei jeder abgeschlossenen Aufzehrung. Nummer 21 Gesundheit wieder her. Okay. Dann haben wir schon fast 50%. Krass. Kann man natürlich alle reinhauen. Dann ist man noch schnell dabei. Ähm, wieder voll. Zwei Minuten noch. Was kann man in zwei Minuten machen? Erstmal nach Verbesserung gucken. 440. Ich brauche mehr Geld. Ja, komm. Kaufen wir dich noch. Waffen und Runen. Leerer Platz. Was haben wir denn hier? Chance bei der Tötung von Terrorisieren. Fünf Elbengeschosse zu erhalten. Stellt bei leicht Tötung. 18% Gesundheit wieder her. Aufzehrung. Achso. Das haben wir ja gerade. Beides bekommen. Nehmen wir das einfach mal. Pfeilhage. Chance von 6% bei Angriffen mit Bogen und Elbengeschosse zu halten. Hm. Pfeilhage von 5% Gesundheit zu regenerieren. Das ist... ...halt noch so... ...anfangsmäßig. Ich mach mal hier. Ich hab jetzt... ...5% Gesundheit. Ja. Ähm. Ich bin... ...ne Bestie. 30% und was war das? 33% ist aber noch besser. Na den... ...und Bogen. Ja, komm. Das passt. Überfrieden, beklagen wir uns alle. Was können wir jetzt noch machen? Können dich noch mitnehmen? Dann nehmen wir hier noch die... ...sachen am besten mit, oder? In die Grube. Hier ist ja doch noch so ein... ...Schwert? Durch? Durch. Missionchen. Dann machen wir das auch. Wenn ich befördert werde, will ich eine Truppe von Kägern leiten. Warum solltest du das tun? Dann können sie mir sagen, wie ich meine Waffen vergifte. Nur ein Stück stark hat es nötig, seine Feinde zu vergiften. Lerne einfach mit einem Schwert umzugehen. So, hoch da. Der dunkle Herrscher ließ ihn in eine Grube werfen und ließ seine Diener auf ihn los, um ihm zu beweisen, dass er nicht unsterblich war. Er tötete jeden einzelnen seiner Feinde, einschließlich derer, die ihn gefasst hatten. Ja, Schwert. Dann zeig uns mal, was du kannst. Siegel 50. Ach, meine Güte. 50 Stück. Wie viele Treffer brauche ich denn da? Aber ich hoffe nur normale Gegner, oder? Komm, schau. Ich hoffe, jetzt kriege ich noch ein bisschen Boni. Ja. Hat sich erledigt mit Boni. Ich würde sagen, weil ich schon eine Treffersehre hatte. Relativ hohe. Aber es hat sich wohl erledigt. So, einer weniger. Zack, zack. Ins Gesicht. Du kriegst das auch noch mit. Ich werde um echt zu viele hier. Wie viele Seite denn? Ich habe hier eine Treffersehre von 100. Verwirkt. Also scheint ja eigentlich gar nicht so schwer zu sein, aber... Treffersehre von 100. Aber... Kann schon. 35? 36? Nein! Verdammt! Mach mal 22. Viel hab ich noch gar nicht abbekommen an Treffern. Oh oh, so langsam wird's knapp. Ein zu Schwertkämpfer wär's gar kein Problem, glaub ich. Aber mit Fernkämpfern dazwischen ist es echt gar nicht mal so cool. Meine Güte. 36, noch 14. Oh, endlich. Auftrag abgeschlossen. 400dxp und 250. Jetzt aber schnell weg hier, ey. Ganz ruhig. Ab dafür. Ja, dann bedanke ich mich fürs zu sehen. Hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar. Wenn's euch gefallen hat, besucht uns bei BlueSkinGaming. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haut rein.